Hallo und herzlich willkommen zu So geht Elektrotechnik. In diesem Video geht es um die Begriffe Leistungsfaktor, Wirkfaktor und Blindfaktor. Wir schauen uns also unterschiedliche Leistungen im Wechselstromkreis an. Und wenn ihr Fragen zum Video oder Videowünsche habt, dann schreibt sie mit dem Hashtag wie geht ET unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Aber zum Video. Leistungsfaktor, Wirkfaktor, Blindfaktor. Fangen wir mal mit dem Leistungsfaktor an. Was ist eigentlich dieser Leistungsfaktor? Und der ist eigentlich nichts weiter als das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung. Also Wirkleistung geteilt, deswegen der schwarze Strich, durch Scheinleistung. Das ist erstmal die Idee dahinter, was der Leistungsfaktor sein soll. Ich erkläre auch gleich nochmal, was er besagt. Und wenn wir uns jetzt eine Formel anschauen würden, die Wirkleistung bekommt ja das große P, die Scheinleistung das große S. Wie gesagt, die teilen wir durcheinander. Und der Leistungsfaktor, der bekommt hier diesen griechischen Buchstaben und das ist das griechische Lambda. Also das ist erstmal die Definition des Leistungsfaktors. Wirk geteilt durch Scheinleistung. Aber was sagt die Zahl denn jetzt aus? Dazu gucken wir uns am besten mal das Leistungsdreieck an. Ich habe hier einfach mal die Wirkleistung so hier waagerecht hin gemacht. Die können auch nach oben gezeichnet werden. Das spielt keine Rolle, aber das ist schon üblich, dass man so macht. Also die Wirkleistung P ist hier. Und die Länge des Pfeils gibt jetzt an den Wert von P. Also wenn wir uns vor, das wären 1 Kilowatt, dann hätte er eine gewisse Länge. Und wenn es 2 Kilowatt wären, wäre er eben genau doppelt so lang. Also die Länge des Pfeils sagt auch, was wir denn wert. Und wir haben in unserem System auch Blindleistung Q. Die ist 90 Grad Phasen verschoben. Das kann nach oben als auch nach unten sein. Das hängt davon ab, ob es Spule oder Kondensator ist und wie die miteinander, also nicht wie die miteinander oder wie die verschaltet sind. Also Reihe und Parallel. Ich habe es mal nach oben genommen und die resultierende davon, also die Verbindung von den beiden Linien, das ist eben unsere S, unsere Scheinleistung. Also in der Scheinleistung ist es ein Anteil Wirk und ein Anteil Blind. Und was sagt jetzt also dieser Wert hier aus? Nun, dazu schauen wir uns mal ein günstiges oder ein ungünstiges Beispiel an. Hier unten ein günstiges Beispiel. Ich habe nur ganz wenig Blindleistung in meinem System. Und ich stelle dir mal vor, der Pfeil wird immer kürzer und kürzer und kürzer und kürzer, der orangene. Dann würde der blaue immer weiter runterkommen, immer weiter runterkommen. Und im Idealfall wäre kein Orange mehr da, dann wäre der blaue Pfeil genauso lang wie der grüne Pfeil. Die hätten also denselben Wert. Also vielleicht ein Kilowatt. Wenn wir uns jetzt die Formel hier oben angucken, dann würde ich 1 geteilt durch 1 oder 1 Kilowatt durch 1 Kilowatt. Oder 2 geteilt durch 2 oder 3 geteilt durch 3. Das spielt ja keine Rolle. Egal, wenn die gleich lang sind, also wenn wir keine Blindleistung mehr haben, kommt da 1 raus. Das heißt, es kann höchstens schon mal die Zahl 1 rauskommen. Und offensichtlich ist, je näher wir an 1 sind, desto besser, desto weniger Blindleistung haben wir im System. Jetzt schauen wir uns den umgekehrten Fall an. Das, was hier oben schon hatte. Hier ist ja ganz viel Blindleistung. Und ich stelle dir einfach mal vor, der Pfeil würde größer und größer und größer und größer. Und zwar richtig doll groß. Dann müsste der blaue auch immer länger werden und immer länger und immer länger, damit die Verbindungslinie noch da ist. Das würde bedeuten, ich habe eine Zahl und teile sie durch eine sehr große. Also stelle ich mal vor, P-Wert 1 Kilowatt und die Scheinleistung hätte dann 2. Dann wären wir schon bei 0,5. Also je mehr Blindleistung wir haben, desto weiter gehen wir von 1 weg. Und desto näher kommen wir zu 0. Sodass wir auch sagen können, egal wie groß die Zahl hier unten wird, es wird nicht unter 0 gehen können. Also die kleinste Zahl, die wir haben können, ist 0. Also der Wert des Leistungsfaktors liegt zwischen 0 und 1. Und sagt uns was darüber, wie viel Blindleistung in unserem System ist oder umgekehrt, wie viel Wirkleistung. Also 95, 0,95. Und die Bereich kompensiert man ja auch. Wenn ich auf 1 wäre, hätten wir keine Blindleistung mehr. Wenn ich auf 0 wäre, theoretisch, hätten wir nur noch Blindleistung, keine Wirkleistung mehr. Das sagt ja aus. Je näher an 1, desto besser. Also Leistungsfaktor. Ist also gar nicht so unwichtig der Leistungsfaktor. Jetzt gucken wir mal unsere zweite Betrachtung an. Also was ist jetzt noch Wirk und was ist Blindfaktor? Dazu müssen wir das Leistungsdreieck mal wirklich als Dreieck verstehen. Und zwar mit einem rechten Winkel. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und einem Winkel, den ihr in der Schule wahrscheinlich eher als Alpha kennt. Aber der Winkel zwischen den beiden Leistungen ist in der Elektrotechnik eben Phi. Phasenverschiebungswinkel. Phi. Könnt ihr aber auch genauso forschen, als wenn ihr jetzt in Alpha-Stände. Dann können wir folgendes sagen. Die längste Seite in diesem Dreieck, in diesem rechtwinkligen Dreieck, ist die Hypotenose. Dann haben wir eine Ankathete, weil diese grüne liegt an dem Winkel, den wir betrachten. Und die Blindleistung oder die Seite, die orangenen, wäre die Gegenkathete, weil sie liegt gegenüber diesem Winkel Phi. Und dann nehme ich an, dass ihr in der Schule folgende Zusammenhänge schon betrachtet habt oder gelernt habt. Man kann nämlich folgendes sagen. Das Verhältnis von Ankathete zur Hypotenose ist der Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Also das Verhältnis von der grünen Linie zu der Hypotenose sagt was über den Kosinus von diesem eingeschlossenen Winkel hier aus. Kosinus Phi ist gleich Ankathete durch Hypotenose. Ihr seht ihr auch schon, warum ich die Farben gewählt habe. Das ist doch nichts anderes als Wirkleistung durch Scheinleistung. Das ist in unserem Leistungsdreieck. Also kann ich natürlich auch den Zusammenhang nutzen. Der Kosinus Phi ist gleich P durch S. Das stimmt auch. Und jetzt sagt ihr, hm, ist das selbe wie da oben? Ja, ist es. Und weil jetzt die Wirkleistung, das Grüne gegen das Blaue gestellt wird, nennt man den Kosinus Phi. In der Elektrotechnik eben auch Wirkfaktor. Also nur der Kosinus Phi. Das andere hier oben ist ja Wirkleistung durch Scheinleistung. Also der Kosinus Phi, das ist der Wirkfaktor. Und jetzt kann ich natürlich dasselbe auch noch machen. Ihr kennt den zweiten Satz, oder da gibt es noch mehrere, aber den müsste man eigentlich auch in der Schule gelernt haben. Das Verhältnis von der Gegenkathete zur Hypotenose sagt was über den Sinus dieses Winkels hier aus. Also der Sinus von Phi ist gleich Gegenkathete durch Hypotenose. Und das kann ich natürlich auch einsetzen. Das ist in unserem Fall die Blindleistung zur Scheinleistung. Also wird doch Q durch S Sinus Phi sein müssen. Das Verhältnis von Q zu S oder wenn ich es dann eben teile. Ja und eine Anlehnung hierzu, wenn man sagt, das ist der Wirkfaktor, weil hier die Wirkleistung zur Scheinleistung eingegeben wird. Das ist hier natürlich der Blindfaktor, weil hier die Blindleistung zur Scheinleistung ins Verhältnis gesetzt wird. Es gibt also diese drei Faktoren. Der Leistungsfaktor und der Wirkfaktor sind also gleich. Die darf man auch gleichsetzen. Ich könnte jetzt auch hier Cosinus Phi ist gleich Lambda machen. Das ist wahr. Es gibt unterschiedliche Namen und die sagen auch dasselbe aus. Das habe ich ja gerade erklärt. Und man könnte natürlich auch die nächste Betrachtung machen. Sinus Phi ist Q durch S. Also das Verhältnis von Blindleistung zur Scheinleistung. Und das würde man den Blindfaktor nennen. Und jetzt wisst ihr auch, wenn ihr, was ich, Wurzel 3 mal U mal I mal Cosinus Phi, warum ihr das Cosinus Phi mit reinpacken müsst. Das ist der sogenannte Wirkfaktor. Und wenn ihr irgendwas mit Blindleistung berechnet, kommt hinten dran immer so ein Sinus wie der Blindfaktor. Okay, für dieses Video soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.